Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Android- oder IOS-Game. So, irgendwie... Äh, äh, du wartest... Haben wir hier ein... Ja, geil. Dieses Spiel... Ich verrate euch den Namen jetzt nicht. Ihr werdet es gleich erfahren, was es ist. Wenn dieses Training nicht wäre. Okay. Oh, ja. Das ist wie Track Race. Aber es ist die Track Race Bike Edition. Und ich muss sagen, er hat zwar Zeit, also Grafik... Also Grafik mäßig... Haut es mich nicht vom Hammer. Es kann auch sein, dass ein Computerspieler nicht auf dem Handy... ...und ich habe... So, Player... 200, 260, total wild. Was gewinnen wir? Was gewinnen wir? Bitte was Schönes, bitte was Schönes, bitte was Schönes. Oh, ich will 20.000. Und ich will 20.000. Oh. Nein! A full tank... B-b-b-b. Okay. Okay. Es ist voll abgegupfert, würde ich jetzt mal so behaupten. Nein. Zurück. Garatsche. Paint. Iiii, das ist ja ein schmules Blau. Boah, so ein krasses Grün. Random. Achso. Wenn man mehrere hat. Oh, nö. 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 Ach, nö. Nö. Oh, nö. Oh, das sieht elegant aus. So, upgrades. Wir haben 260. Wir brauchen... ...vierhundert. Wow, das sind ja Preise. Oh, ja. Oh, ja. 600.000... Oh, okay. Oh, ja. 600.000... Oh, okay. 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 Einstellung... ...Sund... ...Dread. Klar wollen wir Smokin. Alles andere. PC. Also da ist es doch... Quickreis. Face to Face. Das war ein Quickreis eigentlich. Hoffentlich ist das was Gutes. Wenn nicht wäre es ziemlich ärgerlich. Zu früh. Das ist jetzt ein Witz. Ich habe schon gewonnen. Oder habe ich gefolgt? Nö. Ich habe jetzt nichts. Ich habe jetzt nichts. Oder habe ich gefolgt? Ich habe mich irgendwie da unten auf die Amateur geguckt. Krass. 570. Gut. Quickreis heißt... Das heißt... ...so viel wie... ...Fuck you Werbung. Was ist denn das? Fangen wir mal da an. Go. Go. 400... ...Race. Für 400 machen wir alles. Alles was gerade so geht. Und ich labere mir schon wieder die... ...irgendwas aus der Seele raus. Oh ja. What the fuck? Oh, ich wollte gerade schalten. Okay. Unser Motorrad. Maybe later. Geht voll ab. So, dann gehen wir mal zurück. Zurück. Ähm... Nummer eins zurück. Garage. Upgrade. Die ... Oh ja. Äh... 1600. 1000. 2000. 1000 kostet 900 kostet 600 kaufen und zieht doch mal das kostet tausend weiter geht's ich würde sagen das heißt karriere aber ich bin mir nicht so sicher ich kann ja kein englisch nein ich doch nicht er kann schon englisch woher ja ich kann einmal schalten 480 was will man mehr geht halt nicht besser ja und wenn ihr fragt unter den ersten videos müsste unten drunter der link zu diesem emulator sein ich hoffe doch ihr habt ihn gehabt werdet die anderen videos auch gucken weil dann wisst ihr schon mal mit welchem emulator ich spiele weil ich finde vom handy auf pc das ist schon wieder so da brauchst du auch wieder aufnahmeprogramme dann kommt jetzt hier wieder diese schwule werbung und so kann ich über den pc aufnehmen und der hat ja eh mehr leistung generell als das handy so dann gehen wir mal zurück zurück ok uhr upgrade 1000 1000 100 1000 um so wird die Tonnen warten bis dann Toro das ist auch eine neue Kette nö ooooh yeah Rass Rass Racist Are you a racist? No Ich doch nicht Ich bin doch keiner Die voll coole Freiheitsstatue Sieht aber mehr wie ein Kerl aus Oh Die hat ja voll Crippium Oh jetzt habe ich mal kurz Aufgepasst Kommt halt davon Ich möchte gern Ein Glücksbecher sein Das wäre so wunderbar Ein Glücksbecher sein Es ist das eine klare Glücksbecher sein Frag nicht wie ich gerade drauf komme Aber naja Ja Ich Ich Bämst dich doch so schon weg Man ist der ja schlecht Okay Okay Dieses Game Verdient auf jeden Fall 500, eine halbe Meile Könnte knapp werden Aber ich möchte Alle Rennen fahren Also jetzt In dieser Stage Fraglich ist ob man das schafft Aber ich möchte jetzt so viel wie möglich von Ihnen In diesen Games zeigen Diesen Games zeigen Alter Ich möchte diese Spiele Aber nicht Runterladen So Ich möchte Jetzt hole ich mir auch nicht Das lasse ich nicht mehr auf Mir auf Schlüssel Ich nicht Auf mir sitze Oh great Ich könnte mir Einen besseren Ausbeholen Komm Wir holen mal jetzt den Okay 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 Ach komm Oh ja Warte mal Gibt es da vielleicht noch irgendwas in meiner Heusklo Okay Jogi Da Gibt es bestimmt wieder übelsten Stress wegen dieser scheiß Musik Kann ich mir aber bald gar nicht vorstellen weil es ist ein Mobil Game Also wenn es da Stress mit Musik gibt da würde ich ja ausrasten bis zum geht nicht mehr Weil ich bitte euch Also wenn da die Gamer die Pfoten drauf hat da würde ich austicken Oh ja Ich könnte schon komisch auf uns behaupten Aber naja ich bin ja kein Programmierer Nur zwei Sterne Was gibt es hier 6 von 9 308 Das ist eine Achtelmeile Willst du mich verarschen Das ist eine Achtelmeile umgerechnet Weiß das von euch jemand Ich weiß es nicht Oh ne ist es nicht so schnell Das ist ein Witz Hey kann ich Schalten brauchen Wenn kriegst du zwei Sterne was ist das für eine Scheiße Ich will aber mehr Was laborieren Fail ��ääääh Kiterien Weiß wir mal Ben Kiterien ig Wir sind herr dr prozent perfekte schiffs das mean career perfect runs is up to best kottig die schwarze stadt hier ist es geht gar nicht Achtelmeilen sind doch scheiße. Mann. So. So. So, Leute. Das war's dann auch schon wieder. Von einem netten Android- oder IOS-Game. Also, wie immer in der Beschreibung findet ihr von Emulator und... Na gut, die Beschreibung von den Games nicht, aber... Ihr findet alles in der Beschreibung, wie immer. Bis dahin, ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss.